Verschwindet, bevor ich die Wachen rufe. Was denn? Okay, da ist anscheinend nicht das Studierzimmer. Tschüss, warte. Wirst du nicht? Okay. Ein einziger Ort, an dem wir uns begegnen, ist der Geil. Alles in Ordnung? Hilfe! Wer ist das? Ist er gefährlich? Ich werde angegriffen. Hilfe! Das muss sein. Das muss sein. Hilfe! Ich werde angegriffen! Wirst du noch gar nicht. Aber jetzt. Mach das. Mach das. Ach, da ist ja ein Schloss. Was willst du? Was willst du? Hätte ich mal vorher gewusst, dass da ein Schloss ist. Ach, Rabe, Hals, Maul. Oh, da. Mann. Und hier, und wo, und, 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 und da. Öffnen! Und du kannst nichts dagegen machen. Das kann ich wenigstens ein bisschen hier klauen. Was ist das? Ach, nachher. Gutes Ding. So, wir speichern. Komm, muss ich es nicht nochmal machen. Meine böse Tat. Vor allem, wo geht es jetzt nochmal hoch? Da geht es hoch. Ich wollte das. Ach, ich habe gedacht, die Rasierklinge wäre für... Oh, okay. Inwiefern mit Geschick. Okay, gut, kannst du mir das erklären? Bitte? Ähm. Ähm. Klopf mal an. Das wird nicht funktionieren. Das weiß ich. Ich glaube, ich muss die, ne? Gerrit, ich hasse dich. Nein. Ich sagte nein. Ich sagte nein. 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 nur weil ich nicht auf diese leute mann leute ich kann doch auf dich drauf was willst du ich werde nicht nachsehen diesmal bringe ich dich zur strecke nein ich wollte es nicht ich wollte es nicht diesmal gehe ich da lang ich mag die andere seite nicht mehr ich muss auf der anderen seite ich komme doch nicht auf die leiter kann ich hier neben hoch ja das geht auch wie wir erstmal mit dem weg nehmen lerne nicht aus deinem fehler denke dass da einfach was andere schuld war nicht du ich bin denn es wird hier war ich doch schon ähm hallo ich möchte da gerne wieder hoch hier und wenn dann bin ich jetzt doof oder ich kann hier doch nirgends woanders sind da hinten ist irgendwas na fall nicht runter danke da ist ein seil so jetzt kann ich wenigstens von da aus immer hier hoch nein ich kann mit der lampe da nichts machen war das vorhin auch schon so lang ja war es auch schon ich verstehe den sinn hinter dem nicht geh ich noch mal hier hoch ich hab das gefühl ich brauch die klinge dafür hier ist niemand da war nichts schweigte ich bin bereit wer war das ich krieg dich Wahrscheinlich schon, weil sonst würde da doch gleiche stehen. Ach, die weiß davon doch ja nichts. Was steht da noch? Was ist das? Warum liegt denn hier ein Glas? Ah! Da hat diese Bücher. Ja, das Buch ist das Schönste. Aufziehen. Schneller. 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 Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Oh ja. Sie werden leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Welchen Pläne noch mal? Ach so, die vom Turm, oder? Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Ach so. Herr Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Ich suche das Studierzimmer nach dem Plänen des Berggrüßes. Feodor Eastwick! Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen! Das ist voll unruhig. Ich hab den getötet. Böses Spiel. Ich hab den getötet! Ach da. Wo ist denn eigentlich richtig die Tür? Meister Eastwick! Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt! Da ist nichts. Da, 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 da. Da war... Da... Oh! Meister Eastwick! Öffne die Tür! Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Äh, anscheinend schon. Ach, da ist die Tür! Ah, das vorhin kriegt man die auch nicht auf. So, okay. Das sieht schon cool aus. Ja. So, in kleinem Holz. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit... Ist da? Ne. Das ist viel cooler. Ja. Was sind denn die kleinen Figurchen? Oh Mann. Äh. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Das dürfte richtig sein. Äh. Schickt der Kerl da drin Patiencen, oder was? Das... Oh. Das müsste auch richtig sein.